Wir sind jetzt in Berlin am Nikolai-Kirchplatz und machen uns auf die Suche nach was zum Abendessen. Hat jemand Hunger? Ja, total. Tierisch, mega. Nach sieben Stunden Fahrt berechtigt. Guten Appetit. So viel Zeit vergangen und wir haben immer noch nichts zu essen. Hä? Die wagen doch schon mal. Meine Damen und Herren, wir sind gerade im Hotel. Nacht. Wir haben hier in Berlin. Und da dachten wir, gönnen wir uns doch mal was und holen uns mal richtig geil was zu essen. Das ist jetzt Couscous mit sehr exotischem Gemüse. Wir gehen jetzt gerade mal auf unser Zimmer. Ja, hier ist es ein bisschen dunkel. Ist halt auch schon nachts. Und das ist echt ein richtiges Essen und das ist viel zu gut. Hier ist schön hell. Hier sieht man es. Hier ist hell. Ja, schön. Habt ihr das alle gesehen? Das ist doch der absolute Wahnsinn. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Wenn das alle gesehen haben. Da würde ja. Da würde ja.